ja ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir ich bin jetzt mal kurz wieder da ein neues Video ist am Start ja und ich wollte nur ganz schnell mal eine kurze Information loswerden dass ich wieder einen Server miete und das sieht man ja hier jetzt auf Microsoft Server wie in Russland aber das ist erstmal so ein Test ich wollte das erstmal alles einstellen mit den Plugins alles Bucket und so was ich möchte einen Real Life Server wieder erstellen aber dazu brauche ich natürlich Hilfe Support, Moderatoren, Admins und halt und so weiter und so man sieht jetzt auch 8 Slots am Start aber das wird sich natürlich sofort wieder ändern weil Geld habe ich schon erst mal äh für so einen Start zum Aufbauen und so und ja ich würde mich auch auch jedögliche äh Spenden freuen und alles besonders für die die Support oder so werden wollen und mir gerne dazu ja helfen können Plugins und alles das was mit Konsolen zu tun hat da kann ich mich natürlich super mit auskennen das heißt ich hatte auch schon mal zwei Server geführt die liefen perfekt nur ich musste das leider schließen aufgrund äh meiner Schule aber jetzt läuft wieder alles pille palle supi dupi und äh das kann jetzt auch auf Dauer wieder werden und äh wie gesagt noch einmal wiederhole ich ich warte auf Supporter und alles deswegen meldet euch einfach schreibt es in den Kommentaren wie ihr möchtet oder in der Beschreibung da steht es und ähm ihr edit mich einfach in Skype und das wird auch in der Beschreibung stehen dazu sobald ihr mich gemeldet ich werde jeden Tag online sein das ist ja nicht das Problem und edit mich einfach schreibt mich an schreibt mir aber auch wieso ihr mich geedit habt damit ich jetzt auch Bescheid weiß wer mich geedit hat und alles kann ja auch sein dass es normale Leute sind die jetzt nicht an Minecraft interessiert sind sondern einfach aus Zufall keine Ahnung deswegen das wäre auch sehr nett und ähm nochmal zu dem Thema jetzt ähm ein Server Relive oder egal ist mir eigentlich sowas und egal auf jeden Fall ich habe jetzt einfach nur richtig wieder Lust weil ich habe auch Spaß daran einen äh Leuten beim Spielen zuzusehen denen irgendwie zu zeigen ja Minecraft macht so Spaß deswegen so einen Server zu machen dass alle zufrieden und glücklich und Spaß daran haben und ich freue mich auch auf super freundliche Nöte Supporter Moderatoren von Admins die mir gerne dabei helfen könnten und natürlich auch spenden damit der Server erhalten bleibt so teuer ist es natürlich auch nicht aber ja aber ich sage euch mal ganz kurz auch dass es wirklich mein Server ist nicht dass ich äh ich jetzt einfach nur so ein Server zeigt der hat für sich was erst mal oh oh erst mal hat es ja erst mal hat es äh nur ein zwei Plugins drauf aber ich ich kenne alle Plugins ich kenne damit aus alles wird zipptopp laufen und ähm ja das ist einfach nur so ein Test nur so eine Testwelt man sieht ja alles zerschrottet und sowas ja ich wollte musste auch ein paar Plugins testen ein Plugin kann ich ja mal erst mal kurz vorstellen und zwar ganz schnell äh das ist zum Beispiel dieses ja wo ist das jetzt ach ich spawn mal ganz kurz schnell eins dann wird das aber wohl schnell funktionieren hier ach ne das wird jetzt zu riskant hier mit dieser Lur hier zum Beispiel ich schlag den einmal und oh sieht schon mal gut aus ja so gut und ja so als Beispiel halt das ist die Welt und ähm mit 8 Slots ich erweitere das sofort auf 40 aber erst mit 8 natürlich zur Bearbeitung ich kann das auch Premium lasten wie auch immer auch gecrackt ist mir eigentlich sowas von Schnuppel wie gesagt das brauche ich ja in einer Community zusammen und ähm sobald sich Leute gesammelt haben die sich daran interessieren und auch mit mir einen Server aufbauen möchten in den ich auch wirklich ein bisschen Vertrauen reinhängen kann wäre das echt super und ja bis zum nächsten Mal ich freue mich auf euch und auf eure Antwort und ja vielen Dank nochmal Ciao